Das Walddörfer Gymnasium in Hamburg setzt voll auf Selbstständigkeit und hat für alle Jahrgänge die Studienzeit eingeführt. 20% der Unterrichtszeit wird freigelernt und eigenen Interessen nachgegangen, wenn nötig mit Hilfe eines Lehrers. Der große Vorteil ist die Selbstständigkeit, dass man sich eben organisieren kann, dass man eben einen Plan hat und dass man so dann eben ins Berufsleben oder in die weitere Schullaufbahn, wie auch immer, entlassen wird. Freie Raumwahl ist dabei selbstverständlich. Auf den Gängen gibt es sogenannte Compartments, individuell gestaltete Rückzugsorte. Oder man betritt einen der liebevoll gestalteten Fachräume. Am Walddörfer Gymnasium schafft nämlich jeder Raum seine eigene thematische Lernumgebung. Das sogenannte Lernraumprinzip stellt sicher, dass alle benötigten Materialien vorhanden sind und natürlich, dass sich auch alle wohlfühlen.